Sozialismus. Bitte wählen Sie jetzt. Und gewählt ist im Sozialismus. Sozialistische Länder waren arm im Vergleich zum Westen. Meine Familie war nicht angewandt mit der Mieterschicht, obwohl es das offiziell nicht gab. Aber das waren wir. Ich meine, wir hatten alles, was wir so brauchten, ein Haus, sogar ein tolles Auto, und es uns eigentlich nicht leisten konnten, aber wir hatten es im Westen. Also das, was im Sozialismus schon fast Luxus war, das hatten wir alles. Das hatten nicht so viele. Wir waren nicht reich, wir waren nicht aden. Das war auch nicht so das Thema im Sozialismus. Das war so eine gleichmäßige Bescheidenheit, also ein gleichmäßig verteilter, bescheidener Lebensstandard. Nach dem Sozialismus ist dann die Schere aufgegangen. Dann wurden viele Leute reich, danach rotahnd, und viele Leute sind sehr arm geworden. Das haben wir auch heute. Also heute stellt sich die Frage, sei ihr arm oder reich. Die Frage stellt sich heute in Rumänien. Meine Damen und Herren, über Geld sprechen, Geld zeigen, einmal reich, oder Herr Zoffe? Die Welt ist Herr Zoffe. Ich bleibe Vielen Dank.